Hallo und herzlich Willkommen in einem Video von mir. Was ist hier los? Also Motivation ist bereits auf Level 9000. Checkt mal diese Aussicht hier aus. Es ist 6 Uhr morgens, zwei Welpen sind hier einfach zufällig am Start. Die Sonne geht gerade auf und mein Shirt, ja das war mal weiß. Und da hinten ist direkt das Meer, also was sagt ihr zu dieser Location? Es ist jetzt an der Zeit gemeinsam ein 20 Minuten High Intensive Intervall Training durchzuziehen. Naja und bitte ignoriert das dreckige T-Shirt, aber ich muss sagen, das war's wert. Und jetzt gut aufgepasst, der Fokus liegt bei diesem Workout auf schnellstmöglicher Fettverbrennung, also wir verbrennen in nur sehr kurzer Zeit extrem viele Kalorien. Und gleichzeitig setzen wir auch intensive Muskelreize vorrangig im Kraftausdauerbereich, aber auch im Hypertrophiebereich, also im schnellsten Muskelaufbereich. Vor allem aber geht es um die Förderung unserer kardiovaskulären Gesundheit, also unseres Herz-Kreislauf-Systems, unseres Lungenvolumens und unserer Ausdauer. All diese Faktoren sind nicht nur für einen fitten, ausdauernden und athletischen Körper enorm wichtig, sondern vor allem für unsere Gesundheit. Denn Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Schlaganfall und Herzinfarkt sind die häufigste Todesursache. Also achtet darauf, euch gesund und ausgewogen zu ernähren und genügend Sport zu machen, denn so haben wir eine sehr gute Chance auf ein gesundes und langes und vor allem, wie ihr bei diesem Workout merken werdet, intensives Leben. Ihr könnt dieses Workout ganz einfach zum Beispiel jeden zweiten Tag machen, wenn ihr aber auch mal ein reines Muskelaufbau-Workout durchziehen wollt, ich habe auch ein solches in der Videobeschreibung verlinkt. Und wenn ihr HID-Workouts wie dieses und reine Muskelaufbau-Workouts kombinieren wollt und dafür einen Trainingsplan braucht, Freunde, auch kein Ding. Ich habe euch mehrere Trainingspläne, damit ihr schnellstmöglich euer individuelles Ziel erreicht, natürlich wieder kostenlos in der Videobeschreibung in dem Video So geht Fitness zu Hause verlinkt. Und vielleicht als kleine Motivation, welche heftigen Resultate aber tausende von euch bereits durch diese Workouts und Trainingspläne erreicht haben, zeigen nicht nur unzählige Transformationsvideos meiner Zuschauer, sondern vor allem auch die Kommentare und euer unglaubliches Feedback. Also nicht die Hoffnung verlieren, sondern durchziehen. Denn vergesst nicht, jeder kann es schaffen. Ganz egal, ob euch jemals was anderes gesagt wurde oder ob ihr glaubt, dass ihr es nicht schaffen könnt, absoluter Schwachsinn. No excuses, zieht durch, Freunde, und holt das Beste aus euch raus. So, ich glaube, das reicht als Motivation, ich zumindest bin jetzt richtig motiviert. Gut, also die Matte ist jetzt platziert und wie immer gibt es während dem Workout aus Prinzip keine einzige YouTube-Werbeunterbrechung. Reitet euch am besten jetzt noch was zu trinken vor und dann starten wir auch schon los. Viel ist bei mir nicht mehr über. Schlüpfen am besten jetzt noch in eure Trainingshandschuhe, ich merke gerade, ich habe meine vergessen. Und falls ihr noch welche braucht, kleiner Tipp, nehmt am besten welche mit Handgelenkschutz. Einfach um die Handgelenke bei schweren Übungen zu entlasten. Ich habe euch meine Trainingshandschuhe, die ich wirklich empfehlen kann, unten in der Videobeschreibung bei meinem Trainingsequipment verlinkt. Aber jetzt vor allem starten wir los. Gut, vor allem, wir starten auch schon los direkt mit Aufwärm, um einfach Verletzungen vorzubeugen, nämlich mit Jumping Jacks. Also, es geht los mit Humplemannern für 30 Sekunden. Okay, die Sonne wird auch schon immer wärmer. Und jetzt 30 Sekunden lang imaginäres Seilspringen. Also, stellt euch einfach ein Seil vor, schön hier die Unterarme kreisen und gute Wandjumps durchziehen. Auf jeden Fall einfach noch gemütlich arbeiten. Los geht's mit Lockerlaufen und High Toes. Also, linke Hand, rechter Fuß, rechte Hand, linker Fuß für 30 Sekunden. Und Butt Kickers, also schön mit der Ferse hier den Arsch berühren. Jetzt noch gemütliche 20 Sekunden High Knees. Also, die Knie hochziehen. So, jetzt schön auslockern. Die Schultern kreisen nach vorne, nach hinten. Natürlich auch die Handgelenke kreisen, das Fußgelenk das rechte mitkreisen. Dann auch das linke. Ja, so, jetzt haben wir auch schon eine gute Temperatur, um jetzt richtig los zu starten, Freunde. Und ich erkläre euch jetzt schon die erste Übung, denn jetzt geht's richtig los. Wir haben hier ein High-IT-Workout, das heißt High-Intensity-Intervall-Training. Es bringt nur was, wenn ihr wirklich 100% gebt während der Übung. Darauf ist das Workout ausgelegt. Also, alles geben. Wir starten jetzt mit der Königsdisziplin, nämlich Purpees. Das heißt, runter die Stütze und hoch springen. Also, 3, 2, 1, ist Schluss! Volles Tempo! Mann! 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 Wow, fuck, ist das heftig, weiter geht's mit Crunches und Hip Thrusts, das heißt, wir stärken hier vor allem auch den Core, also einfach hier die Fersen berühren und dann direkt hier die Hüfte heben, Gluteus Maximus, anspannen, der ist bei vielen viel zu schwach, deswegen eine sehr wichtige Übung für den Core, für Stabilisierung und für den Po, also let's go! Jo, es wird einfach schön weit nach oben gehen! Think about it, we'll tell you what I saw, when you break it up, you'll see who had it all, you had it all! So, weiter geht's mit High Knee Jumps, Freunde, wir schenken uns heute absolut nichts! Nehmen nicht, das heißt Jump, nehmen nicht, Knie nach oben bringen, zwei Zwischenjumps und wieder nach oben, so hoch wie möglich, schenkt euch nichts, also let's go! 4-EL-Fil-A-R-E-A-R-E Fall into oblivion Fall into oblivion Forget about the world, we're living in Fall into oblivion, oblivion Perfekt, also high knees Weiter geht's mit Speed Push-Ups Vor dem Tempo, 4 Levels Entweder ist für alle was dabei Entweder Push-Ups auf den Knien Normale Push-Ups, Arm-Clap-Push-Ups Oder Explosives Ihr entscheidet Ich weiß, was für die Marien Ich bin nicht in der Natur Ich bin nicht in der Fall Ich muss mich zurück Ich brauch die Füße, die ich mich für ein neues Gefühl So wie ich schaffst, kämpfli, als sonst noch die Kniege Jaukel, rest in peace, now you're dead to me So peace out, remember you just creeped out Keep ready for defeat now, I'm gon' make you bleed out Listen, I'll repeat now and weed out all the weak down Get up and make a change, don't remember yesterday If you got something to say, speak your mind before your grave Cause your life is yours to save, ain't nobody gonna change Everybody stays the same, so be different, make a name, huh? Oh, krass, gut Weiter geht's, mit Ausfallsprüngen, was hab ich da zusammen gebastelt? Holy shit Also, Ausfallschritt und dann einfach Ausfallsprung Und, es geht los, viel Spaß! Marching till you turn, bro Control us like a stranger I can't believe that, bro Always getting closer Marching till you turn, bro It's ridiculous, I'm spittin' this Meticulous and limitless While others out there spittin' shit Got hits up on the charts and sits I see why other artists quit Cause people don't reward your shit They love to hate, but hate to live Society, you swing and miss And honestly, I get it Promise me you won't regret it Wastin' energy, forget it Don't look back, we want it Oh, is that heftig Good Weiter geht's Mit Sprint Das heißt Wir sprinten 15 Sekunden 10 Sekunden Pause 15 Sekunden Sprint So's jetzt aus In der Pause noch dazu erklären Das heftig 15 Sekunden Sprint Let's go Stand on stage with the crowd Cause I got it figured out I'm just honest and I'm loud Say you're modest, but I'm proud No, I never had a doubt Yeah And stop 10 Sekunden Kurz Auslockern Und dann Nochmal Wuhu Und Let's go Holy shit Yes Weiter geht's Mit Squat Plus Sidejump Einfach hier Squat Sidejump Wieder Und Squat Sidejump Vor dem Tempo Ganz nach unten gehen Ganz nach unten gehen Wow 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 Auf dem Boden Also Mountain Climbers Also Rechtes Knie Linke Ellbogen Linke Knie Rechte Ellbogen Vor dem Tempo Vor dem Tempo Hei Ich sag dir Freunde Die Sonne wird hier immer herzer, heißer, da kommt der Dialekt durch. Weiter geht's mit Low Walk. Hier überall die Steine. No excuses. No fucking excuses. Also, Low Walk. Nach unten gehen und nur aus einem Bein nach oben drücken. Und ihr kennt die Übung. Und ihr liebt sie auch. Wow. Weiter geht's mit Superman Swimmers. Also, auf den Bauch legen. Arme auf den Bauch legen. Ausstrecken. Daumen berühren sich vorne. Daumen berühren sich hinter den Rücken. Oberkörper in die Luft geben. Und Oberschenkel in die Luft geben. Und Brustkorb in die Luft geben. Arsch anspannen. Perfekt. So, jetzt muss ich ein Stück trinken. Weiter geht's mit Speed Push-Ups. Daumen berühren sich. Etwa auf den Knien oder normal. So viel ihr schafft. Let's go. All of the pain seems to follow Like a shadow dark and cold to the touch Am I insane not to let go Go on, just do what you do Wait. Toe touches, Freunde. Eine schöne Bauchübung. Wie mich auf den Rücken legen. Die Hitze hier fast unerträglich. Fuck. Also, rechte Hand. Licker zieh. Liege Hans. Und rechte Tee. Let's go! Und hoch. Hoch. Schnelles Schluck trinken. Vor allem, ich sterb hier in der Hitze. Ich hoffe, ihr habt zumindest die Klimaanlage oder seid drinnen bis zu Depp-up. Jetzt geht's weiter, Speed Squats. Also, so schnell wie möglich, nach oben und unten. Volles Tempo! Schnelles Schluck! Wir berühren die Hände vor dem Schienbein. Also, clap. Let's go! Mit dem Oberkörper schön leicht nach oben gehen. Ja, ich bin für dich. Ja, ich bin für dich. Ja, ich bin für dich. Boah, das Schöp muss weg. Ja, ich bin für dich. Ich schwitze. Ich komme kaum raus. Weiter geht's mit Side Squats. Breiter Stand. Wir gehen links nach unten, nach oben und rechts nach unten. Hier die Dehnung spüren. Etwas schneller! So, jetzt kommen wir auch schon zur letzten Übung, Freunde. Nämlich Mountain Climbers Sprint. Gebt jetzt doch mal alles! Okay. Also, bring die Knie so weit wie möglich zur Brust. Okay, let's go! So, liegen bleiben. Auslockern. Cool down, Freunde. Kurz in die Dehnung gehen. Also, schön hier nach hinten. Und nach vorne. Die Hüfte immer tiefer nach unten bringen. Tiefe Bauchatmung. Blick nach oben, Nase nach oben. Und locker aufstehen. Und locker laufen. Auslockern. Auslockern. Was war das für ein Workout? Die zwei Hunde liegen hier im Schatten. Und wir haben es geschafft. Wuuuh! So, das war's. Wuuuh! Wuuuh! So, das war's. Wuuuh! Wuuuh! Gratulation. Falls ihr es geschafft habt. Bis jetzt. Mitzuhalten. Die Hitze hier. Kaum erträglich. Die Unebenheiten hier. Alles Staub trocken. Nicht mehr viel zu trinken. Aber das war's wert. Was für ein geiles Workout. Wenn es euch gefallen hat, Freunde. Würde es mich sehr freuen. Und unterstützen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Und schreibt es mir gerne in die Kommentarbox. Wie es verstört ihr seid. Also, eins ist fix. Ein gutes Workout. Und einen schönen Sonnenbrand habe ich mir jetzt definitiv abgeholt. Falls ihr dieses Workout erfolgreich durchgezogen habt. Herzlichen Glückwunsch. Den Trainingsteil haben wir somit geschafft. Achte jetzt auch unbedingt auf eine ausgewogene, gesunde Ernährung. Alles was ihr zur Ernährung wissen müsst, erfahrt ihr hier in diesem Video. Und wenn ihr Muskeln aufbauen wollt und Supplements braucht, findet ihr Europas günstigste Supplements unten in der Videobeschreibung. Das sind auch meine Supplements. Also nur Supplements, die auch wirklich was bringen. Bei Plus findet ihr aber auch noch dazu viele gesunde Lebensmittel. Und natürlich auch richtig freshes Trainingsoutfit und Trainingsequipment. Und ihr wisst Bescheid mit dem Code. Da gibt es nicht nur 10% Rabatt. Sondern ihr seid auch automatisch jede Woche auf Instagram bei 100€ Gewinnspielen mit am Start. Und es gibt noch dazu viele Gratisprodukte. Welche der Szenen findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Das war's jetzt aber auch schon wieder. Ich bin jetzt komplett zerstört. Ich hoffe euch hat das Workout gefallen Freunde. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Sascha. Peace. Und wer kommt da schon wieder? Ja hallo. Er möchte sich auch verabschieden. Tschüss. Du bist in der Endcard drinne. Doch warte bevor du schon jetzt verschwindest. Yeah. Mehr Fitness gibts nicht. Such dir ein Video aus. Click it. Und fehlt dir irgendwie die Motivation. Dann lass ein Abo hier. Du weißt es würde sich lohnen. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja.